Hey, wenn du willst, ich zahle deinen kompletten Einkauf. Du hast 21 Sekunden Zeit, so viele Sachen wie möglich da reinzulegen, was auch immer du reinlegst, zahle. Ich stopp die Zeit und los. Okay, 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden, 6 Sekunden, 7 Sekunden, okay, 11 Sekunden, 14 Sekunden, 15 Sekunden, schnell, du hast noch ein paar Sekunden, du hast noch ein paar Sekunden, du hast noch ein paar Sekunden. Wenn du errätst, was das Ganze kostet, dann würde ich dir das Ganze nochmal verdoppeln und nochmal in Cash dazugeben. Genert, die kostet gleich 1,49 Euro, wenn ich mich jetzt nicht irre. 7,50, die schätze ich jetzt 1,80. Also was glaubst du kostet der gesamte Einkauf? Ich sag so 12,11 Euro, 12 Euro. Wir sind schon leider drüber. Das Ganze ist für dich, viel Spaß mit den Sachen.